Die ÖVP und auch die SPÖ kritisieren die Umweltministerin Leonore Gewessler scharf. Die ÖVP und hier auch vor allem die Wirtschaft wirfte in der Gaskrise Untätigkeit vor. Ist doch Leonore Gewessler nunmehr als Vize-Obfrau der Grünen die Nummer 2 der Partei und die wohl aussichtsreichste Nachfolgekandidatin von Parteichef Werner Kogler. Jetzt kommt auch ein Angriff der SPÖ. Deren Klimasprecherin Julia Herr nimmt sich die grüne Ministerin wegen des neuen Reparaturbonus vor. Hier winken ja bei der Reparatur von Elektrogeräten bis zu 50% bzw. 200 Euro. Herrs Kritik, Bonus schön und gut, aber für die Werbung des Bonus, den die SPÖ-Politikerin mit bis zu 5 Millionen Euro bezifferte, könnte man ihrer Aussage nach immerhin 25.000 Reparaturbonusförderungen ausbezahlen. Auch der Werbeetat für den Tausch alter Heizkessel, rund 6 Millionen Euro, ist herr zu hoch. Hier wären sich Zuzahlungen für 800 Kessel ausgegangen. Und was die SPÖlerin noch empört, der Auftrag sei in die Agentur Jung von Matt gegangen, die bekanntlich über den ehemaligen grünen Werber Martin Ratschabi enge Kontakte zur Partei hat. Jule Herr ergänzt, die Medienkampagne für den Reparaturbonus lässt sich Ministerin Gewessler satte 5 Millionen Euro kosten. Doch statt die Inserate aus ihrem üppigen Medienbudget zu finanzieren, wird das Geld aus dem Topf für Klimaschutzmaßnahmen genommen. Anstatt die Bevölkerung bei Maßnahmen zu unterstützen, fließen also Millionen Euro in PR. Erneut steht Werbung und PR über tatsächlichem Klimaschutz. Urtelt Herr, die daran erinnert, dass notwendige gesetzliche Klimaziele seit eineinhalb Jahren ausständig sind, während die Grünen sich in Pressekonferenzen ihrer Aussage nach abfeiern.